So, hier wird es wieder ein wenig sportlicher. Wir beschäftigen uns erneut mit einem Bauteil der Elektronik, nämlich mit einer Diode, die wir auch wie viele andere Bauteile, die wir hier schon besprochen haben, nur auf den Platinen unserer Steuergeräte finden. Als Kfz-Mechatroniker müssen wir jedoch ganz klar ein Stück weit die Funktion, den Aufbau und Besonderheiten dieser Elemente kennen. Wir machen das an der Stelle wieder nach bewährtem Muster und schauen uns die für uns wesentlichen Dinge einmal an. Also ganz wesentlich ist die Funktionalität. Dioden in dem Ideal, wie man das beschreiben kann, sollen den Strom in einer Richtung durchlassen und sie sollen den Strom in die andere Richtung sperren. Das will heißen, wenn ich meine Spannungsquelle mit dem positiven Pol an dieser Seite anschließe, hier das Symbol der Diode und hier das negative Potenzial, dann soll hier ein Stromfluss möglich sein. Wenn ich die Verpolung wechsle, also hier den Minuspol, die Masse anschließe und hier den Pluspol, dann soll die Diode idealtypisch sperren. Wir schauen uns dies jetzt einmal etwas abstrakter in einem Diagramm an. Das ist aber auch relativ einfach zu erfassen. Ihr seht hier Uf. U ist unsere Spannung, das heißt also hier auf der x-Achse ist unsere Spannung aufgetragen. Hier wäre entsprechend 0 Volt. Jetzt erhöhe ich meine Spannung und ab einer bestimmten Spannung, man nennt diese Spannung übrigens Diffusionsspannung, dann steigt der Strom doch sehr sehr steil an. Das heißt, die Diode ist jetzt hier in Durchlassrichtung geschaltet und erfüllt hier den Zweck, den Strom durchzulassen. Gut, schauen wir uns mal eine verpolte Diode an. Also jetzt haben wir hier das negative Potenzial angeschlossen, hier das positive Potenzial. Beachtet bitte den Unterschied von diesen beiden Schaltungen. Und jetzt schaut euch mal die Spannungen an. Das soll dieses Bauteil, diese Grafik hier ein Stück weit symbolisieren. Hier haben wir also eine relativ kleine Spannung und der Strom wird dann steil ansteigen. Hier erhöhen wir die Spannung doch deutlich und eigentlich passiert gar nichts. Das was ihr hier seht, dieser kleine Stromfluss, das sind systemische beziehungsweise materialbedingte Störungen, Schwächen, wie auch immer ihr das nennen wollt, die eigentlich nicht erwünscht sind, aber die halt eben auch da sind. Wenn wir die Nummer jetzt hier übertreiben, dann ist das so wie beim Anziehen einer Schraube. Wenn wir es da übertreiben, dann gibt es irgendwie Späne. Und das ist hier auch nichts anderes. Hier ist es so, dass die Diode dann beschädigt wird und kaputt geht. Das heißt, ich habe hier einen bestimmten Spannungsbereich. Also ab hier wird dann der Strom nennenswert ansteigen, aber unsere Diode ist auch dann kaputt. 2 1 2 2 2 Vielen Dank.